Hey, ja, ihr Sternstuppen! Willkommen zurück zu Burnout Legends, zur Fortsetzung dieses Spiels, wo wir in der World Tour das letzte Mal einen Spezial-Gumprie gewonnen haben, denn der Spezial-Gruppier hat speziell 4 Rennen statt 3 und die haben alle gewonnen, deswegen haben wir kein Problem die Gold-Bedale zu gewinnen und können wir weitermachen im Rahmen der World Tour und zwar haben wir noch viel zu tun, obwohl die Super-Serie fast denn ist, haben wir aber bei Crash-Serie noch viel zu tun, wollen wir weitermachen nächstes Mal, und zwar machen wir weiter in Downtown und zwar Hate to be Late ist jetzt dran nächstes Mal, ja, mal gucken, ob wir nicht zu spät kommen oder es wird noch rechtzeitig schaffen, die Gold-Bedale zu holen und auch nur mitzunehmen, mal gucken. Auf jeden Fall fahren wir mit diesem Auto hier, glaube ich, Massaker, müsste das sein, und ja, wollen hinter diesen Autos, ja, dann haben wir da Bonus und Booster, dann noch da ebenfalls nochmal eine Kreuzung mit Boni und Crash-Straker, die wollen wir natürlich erwischen, ob wir die erwischen werden, ihr werdet sehen, ich weiß es nicht, auf jeden Fall müssen wir hier 80.000 Kösterlei erreichen, um die Bronze-Medaille zu gewinnen, was würde ja bedeuten, und das qualifizierte uns für die nächste Kreuzung, ja, wollen wir ein bisschen mehr machen, müssen wir zu 50.000 Crash-Dollar erreichen, denn dann gibt es Silber, und weil wir das beste Erlebnis haben, die maximale Crash hier rausholen, 600.000 Credits, äh, die Crash-Dollar müsste es sein, die Crash-Dollar, und da gibt's mir Gold, ja, dann kann ich mal die Gold wieder hier noch holen, vielleicht stoppen, vielleicht stoppen wir uns ja noch rechtzeitig, bevor wir zum Spiel sind, und dazu brauchen wir 15 total stehen, um ein Crash-Dollar auch zu lösen, der wird uns vielleicht helfen, also, los geht's! Okay, habt die Post! So! Okay, da fahren wir nicht, wir fahren da vorbei, macht mehr Sinn! Wenn wir haben wir den erwischt, aber wir tun wir das! Na ja, ich glaube, wir haben jede Menge! Ich bin aber jede Menge, weil wir alle reinfahren! Ja! Ja! Das war ein junger Pulg an Bussen! Guck mal, die macht die tausend, wir müssen reichen, nur die Boni! Ja, haben wir auf jeden Fall 36.000 gemacht, das heißt, die Gold wieder haben wir gewonnen! Das war schön, ne, das war schön, gleich mal, da haben wir uns verdient! Ja, sehr schön, nur wieder eine Wette für uns, das freut mich! So, irgendwie, wenn's freigestaltet, neuer Rekord, und ein zweimal total stehen, sehr gut! Sehr gut, haben wir das gemacht! Hey, da haben wir nächstes Auto-Kino bei 30 Millionen, da müssen wir uns zulegen, aber wenn man so viel Geld kriegen, probiert jeder, vielleicht konnte ich mir das ja schnell hin! Und ja, das haben wir geschafft! Und deswegen sind wir am Ende angekommen! Ich hoffe, dass ihr Spaß daran hattet an diesem Crash hier! Denkt immer einen Kommentar unter die Bewertung an die Glocke, damit ihr wisst, wann und wie es weitergeht! Denkt daran, dass wir folgen können, auf Twitter und auf Facebook aktuell standzubleiben! Ihr könnt Beitritt in Discord selber, quatschen, kennenlernen, Spaß haben, Mitspiel mitmachen, mitgestalten! Dort, ihr findet alles was Neues, gibt noch viel, viel mehr! Und ja, alles bleibt in der Videobeschreibung! Ich sag danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!